Moin Moin und hallo zum nächsten Video und zwar geht es jetzt um den chemischen und mikroskopischen Aufbau von Holz. Makroskopisch machen wir morgen, heute geht es um den mikroskopischen Aufbau. Habe ich schon mal was vorweggenommen für morgen. Ja, darum geht es heute und ich zeige euch wie immer einmal den Ablauf. Ich werde euch gleich wieder den Arbeitsauftrag erklären. Dann gehen wir rüber zu woraus besteht eigentlich Holz. Also da werde ich euch die einzelnen Bestandteile einmal aufzählen. Dann haben wir den Punkt Zellwachstum. Wie wächst eigentlich so eine Zelle? Also wie bauen sich die Schichten auf in so einem Baum? Und dann einmal die ganzen Zellarten, die in so einem Baum vorkommen, die man so mit einem bloßen Auge nicht erkennt, aber halt unter dem mikroskopischen, äh, unter einem Mikroskop, deswegen heißt es mikroskopischer Aufbau. Okay, dann starten wir mal. Also der Arbeitsauftrag, wie in der fünften, sechsten Stunde auch. Ihr sollt auch hier wieder ein Grafen zerstellen, und zwar für die Thematik chemischer Aufbau des Holzes. Ja, das habe ich jetzt hier vergessen. Natürlich auch für den mikroskopischen Aufbau des Holzes. Einmal eine Skizze, zum Beispiel den Versuch, den ich euch gleich einmal erläutern werde in einem Bild. Daraus kann man dann erkennen, woraus Holz eigentlich besteht. Das könnt ihr einmal Skizzen halber darstellen oder vielleicht auch die Zellen. Dann einmal hier in Stichworten, zum Beispiel die Aufgaben, woraus besteht das eigentlich, so ein Holz. Und, ja, in Stichworten halt aufschreiben. Und hier unten wieder ein Freitext. Ihr könnt da unten auch nochmal schreiben, ähm, wie ihr dieses Video zum Beispiel gefunden habt, ob es euch geholfen hat, die Inhalte zu verstehen. Zusätzlich könnt ihr natürlich auch immer wieder, ähm, in Schucomsi im Fachbuch nachgucken. Die Daten habe ich euch da hinterlegt, also die Ausschnitte aus Büchern, wo ihr auch immer wieder nachgucken könnt und nachlesen könnt. Okay. Dann geht's los. Woraus besteht eigentlich Holz? Ich habe euch hier aus dem Buch einmal so ein Bild ausgezogen, so ein Versuch. Da sind Holzspäne in so einem Reagenzglas und dieses Reagenzglas wird erhitzt. Ähm, wenn man Holzspäne direkt ins Feuer werfen würde, würden sie verbrennen und man würde nicht sehr viel erkennen. In diesem Aufbau sieht man jedoch einiges. Also, diese Holzspäne werden erhitzt und es entsteht so ein Dampf hier, der nicht gleich entweicht, sondern hier durch ein Stopfen halt in diesem Reagenzglas bleibt, Reagenzglas bleibt und durch diese Öffnung hier hindurch geführt wird. Ähm, ja, es sammelt sich dann hier in diesem Behälter und dieser Behälter ist halt ebenfalls mit so einem Stopfen halt abgedeckelt, so dass der, ähm, der Stoff nicht entweichen kann. Und gleichzeitig befindet sich dieses Behältnis in so einer Wasserkühlung, wie man es hier sieht. Und dadurch, ähm, ja, passiert es, dass der Dampf, beziehungsweise dieser Rauch, wir wissen es nicht genau, ähm, also am Anfang weiß man es nicht genau. Natürlich wissen wir es genau, was es ist, weil, naja, man kann es halt experimentell herausfinden. Ähm, dieser Rauch ist hier durchgewandert und durch die Wasserkühlung setzen sich einzelne Bestandteile ab. Ähm, und da hat man einmal, einerseits durch die Abkühlung, setzt sich hier halt eine teerige Masse ab. Also ein Teil, ähm, findet durch die Verbrennung statt, es bildet sich Teer durch die Hitze. Könnte ein Zeichen dafür sein, dass auf jeden Fall, ähm, Kohlenstoff, äh, Verbindungen in diesem Holz herrschen, oder beziehungsweise sich befinden. Dieses Teer bezieht sich nachher auf diese Tabelle hier. Da gehen wir gleich drauf ein. Also alles, was hier so verbrannt ist, ähm, betrachtet dieses Diagramm, dieses Tortendiagramm. Ja, der restliche Dampf, der hier halt noch vorhanden ist, ähm, was ist das eigentlich? Wenn wir es jetzt hier durchführen und es anzünden würden, dann würde es brennen. Ähm, es gibt zwei Stoffe, die, äh, in diesem Holz halt vorhanden sind. Ja, das ist einmal, äh, Wasserstoff und Sauerstoff. Sauerstoff würde sehr schnell verflüchtigen und das würde eher knallen. Und brennbar wäre halt eher Sauerstoff. Ähm, hier setzt sich natürlich durch die Kühlung teilweise auch Wasser ab. Deswegen, äh, haben wir hier ein bisschen Wasser. Und hier haben wir halt den Sauerstoff, den wir halt auch verbrennen könnten. Und es würde Wasser entstehen. Ja, ähm, hier seht ihr das auch noch einmal. Die wasserfreie Holz-Distanz besteht aus 50% Kohlenstoff. Ähm, das haben wir hier. 43% Sauerstoff, das ist halt der hier, der hier brennt. Und 6% Wasserstoff und 1% Stickstoff und Mineralien. Das kommt daraus heraus, wenn man dieses Experiment hier macht und es genau beobachtet. So sehen wir einmal im ersten Blick, okay, hier entsteht irgendwas Schwarzes und ein brennbares Gas. Und genau herausgefunden hat man dann, dass es halt Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff ist und Mineralien. Gehen wir mal näher auf den Punkt mit dem Teer ein. Da gucken wir uns das hier an. Ähm, wie so eigentlich Teer? Das ist, naja, verbrannte Kohlenstoff, ähm, Zusammensetzung. Und zwar ist es so, wenn ihr zum Beispiel Zucker in eine Pfanne, äh, legt oder tut, tut, ist auch immer so ein schönes Wort, ähm, und es erhitzt, dann entsteht daraus ja eigentlich Karamell. Wenn ihr es aber zu lange erhitzt, dann verkohlt es, wird schwarz und ihr habt einen enormen Spaß, das nachher wieder aus der Pfanne zu bekommen. Ähm, könnt ihr mal ausprobieren, wenn es nicht eure eigene Pfanne ist. Äh, wenn es eure eigene Pfanne ist, naja, dann solltet ihr damit vorsichtig sein, weil das kriegt man schwer wieder weg. Es verkohlt nämlich und verbrennt. Ja, und das ist ein Zeichen dafür, dass es Kohlenstoffatome sind oder Kohlenstoffverbindungen. Und das ist das, was da drin sich befindet. Wir haben einmal Zellulose. Die Zellulose ist im, äh, Holz dafür zuständig, dass es zugfest ist. Also, das, ähm, habt ihr auch des Äfteren mal bestimmt gemerkt, wenn ihr zum Beispiel so ein Holz, ähm, so einen kleinen Ast, das reicht schon, wenn ihr den auseinanderreißen wollt. Es bleibt immer so ein bisschen hängen und das müsst ihr halt ziehen, damit ihr es auseinander bebrechen könnt ihr das nicht. Ähm, und das ist halt sehr widerstandsfähig. Das ist die Zellulose, die da drin ist. Und die ist halt sehr zugfest. Denn haben wir noch Hemizellulose und Lingen oder Lignin, so. Ähm, und diese beiden Stoffe sind dafür zuständig, dass das Holz druckfest ist. Die sind auch meistens in den Zellen, die sind halt in den Zellen verankert, in diesen Röhrchen. Und die sorgen dafür, dass man das Holz kaum zusammendrücken kann. Ähm, wieso steht da 25 bis 35 Prozent? Es gibt halt eine Varianz. Beziehungsweise hier steht 20 bis 35. Ähm, da gibt es eine Varianz, weil wir haben ja auch verschiedene Holzarten. Es gibt mal weiche Hölzer und mal härtere Hölzer. Und, äh, damit, äh, darin unterscheiden sich halt die einzelnen Anteile. Haben wir mehr, äh, weiches Holz, denn haben wir halt nicht so ein druckfestes Holz zum Beispiel, weil sich die Zellen zusammendrücken. Da sind die Anteile hier verschieden. Diese einzelnen Anteile, die kenne ich auch nicht auswendig. Die, das sind Tabellenwerte, die könnte man nachgucken. Ähm, nur damit ihr wisst, okay, ähm, aus der einzelnen Zusammensetzung ergibt sich halt auch die Härte und die Dichte des Holzes. Ja, das ist der Punkt, woraus Holz eigentlich chemisch besteht. Also, woraus besteht Holz ist der Part, ähm, die chemische Zusammensetzung von Holz. Jetzt gehen wir auf die mikroskopische, ähm, Zusammensetzung. Da habe ich euch hier auch wieder einen Auszug aus dem Buch mitgebracht. Ähm, da seht ihr einmal so einen Zellaufbau von so Hölzern. Da seht ihr, okay, wir haben hier solche Äderchen, nenne ich sie einfach mal Röhrchen. Ähm, und wie sie hier tituliert werden, diese Röhrchen haben verschiedene Farben. Ähm, einmal so, ja, dunkelbraun und hellbraun und tituliert als Spätholz und Frühholz. Und dieses Spätholz und dieses Frühholz zusammen ergibt immer einen Jahresring. Wenn ihr zum Beispiel mal beim Holzmachen mitgeholfen habt, dann seht ihr auch immer, dass ihr zwei Farben an Holzringen immer habt. Also, wenn ihr das Alter des Baumes bestimmen wollt, dann müsst ihr immer den hellen und den dunklen Ring zählen, damit ihr ein Jahresring habt. Also nicht immer nur die einzelnen Striche, sondern immer zwei zusammen. Und dann könnt ihr auch das Alter des Baumes bestimmen. Deswegen, ganz wichtig hier, Frühholz und Spätholz bilden immer einen Jahresring. Ja, also dann kann man das Alter des Holzes bestimmen. Ja, und wie entstehen diese Spätholz- und Frühholzringe eigentlich? Ja, die entstehen durch Zellteilung. Das ist bei uns auch. Wir werden älter, Zellen teilen sich, irgendwann sind keine Zellen mehr zum Teilen da, also werden wir krank, wie auch immer, gehen mal hops, wie auch immer. Also es muss eine stetige Zellteilung möglich sein, sonst ist irgendwas im Argen. Ja, und diese Zellteilung, da werden wir nächste Stunde auch nochmal drauf kommen, die einzelnen Schichten von Holz. Diese Zellteilung entsteht immer in der Cambiumschicht. Die Cambiumschicht ist sozusagen die Wachstumsschicht des Holzes. In dieser Schicht findet das Wachstum des Holzes einfach statt. Und in dieser Cambiumschicht teilen sich Zellen immer in zwei weitere Zellen und da entsteht dann immer wieder eine teilungsfähige Zelle, weil wenn sich eine Zelle teilt, dann muss halt wieder eine Müll in der Lage sein, okay, ich muss für das weitere Wachstum zuständig sein. Also bin ich wieder eine teilungsfähige Zelle. Und die andere Zelle ist dann wieder eine Wachstumszelle. Wachstumszelle heißt, die bleibt dann, das wird dann Holz. Also wir haben, wir machen es mal so, diese beiden Stifte, ich kann mich jetzt einmal größer machen. So, wir nehmen diese beiden Stifte jetzt als ein Holz, als eine Zelle und die teilt sich. Zack. So, jetzt haben wir eine Holzzelle bzw. eine Wachstumszelle und die wird halt größer, also die wird zu einem Jahresring. Und diese Zelle hier, also der blaue Stift, der ist wieder eine teilungsfähige Zelle. Und diese teilungsfähige Zelle ist dann wieder in der Lage, sich wieder zu teilen. So, und durch diese Teilung entsteht wieder eine teilungsfähige Zelle und wieder eine Wachstumszelle, die wieder zu Holz wird. Zack. Und dann haben wir wieder, zack, teilt sich wieder, wird zum Holz, ist teilungsfähig. Und so geht das immer weiter, immer weiter, bis das Holz halt nicht mehr kann. Aber das geht eigentlich fast unendlich weiter, außer der Baum wird krank, etc. So entsteht Wachstum. Ja. Und dann habe ich euch hier nochmal einmal aufgeschrieben, nach innen wachsen die Holzzellen und nach außen wachsen die Bastzellen. Ähm, da gehen wir auch nochmal später drauf ein, wenn ich euch, wie gesagt, den Holzaufbau erkläre. Deswegen ist es ein bisschen weiter nach vorne gegriffen. Holzzellen sind halt die, die nach innen wachsen und dem Holz Stabilität geben. Und Bastzellen sind halt die Zellen, die, ähm, dem Holz, das Holz mit Nährstoffen, ähm, ja, versorgen. Also, dass die Versorgungsleitung des Holzes ist. So könnte man das verstehen. Gehen wir weiter auf die einzelnen Zellarten ein. So, ähm, ich habe gerade einen Anruf bekommen, ich habe das jetzt hier geschnitten. Ähm, Zellarten. So. Also, die einzelnen Zellen wachsen und dann gibt es halt noch einzelne Zellenarten. Und die Zellen werden halt nach ihren verschiedenen Aufgaben unterschieden. Ähm, da muss man halt auch nochmal beachten, es gibt ja Laub- und Nadelhölzer. Und die unterscheiden sich auch nochmal von ihren Zellen. Aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also, wir haben einerseits die Leitzellen. Leitzellen heißt, die leiten irgendwas weiter. Und, äh, was leiten Zellen weiter in so einem Baum? Ja, die Nahrung, beziehungsweise das Wasser und die Nährstoffe. Also, die Leitzellen sind eigentlich nur zur Verteilung der einzelnen Nährstoffe und des Wassers zuständig. Sie leiten nämlich etwas weiter. Das sind meistens die, ähm, dünnwandigen Zellen und die etwas, äh, kleiner sind, ähm, weil die müssen halt dementsprechend, äh, gut die Kapillarität fördern und damit sie halt wirklich überall hinkommen. Denn, gibt es die Stützzellen? Naja, die Stützzellen sind dafür da, dass sie irgendwas stützen. Also, sie sind für die Tragfähigkeit zuständig. Und die Tragfähigkeit muss eine Zelle halt dicker sein und kräftiger sein. Und deswegen sind sie meistens in der, ähm, im Spätholz zu finden. Klar, alles zusammen bildet natürlich eine, äh, eine gewisse Stabilität. Aber die Stützzellen sind allein dafür da, dass sie die Tragfähigkeit, ähm, fördern. Am meisten. Ähm, alle Zellen fördern die Tragfähigkeit, weil eine Zelle halt dementsprechend ausgesteift ist. Aber die Stützzellen haben die alleinige Aufgabe, den Baum zu halten und die Tragfähigkeit zu sichern. Dann gibt es die sogenannten Speicherzellen. Das sagt der Name halt auch schon von selber. Ähm, sie speichern halt, ähm, einzelne Nährstoffe und leiten sie halt dementsprechend dann nachher an die Leitzellen weiter. Also, die Speicherzellen arbeiten mit den Leitzellen zum Beispiel zusammen. Die Speicherzellen speichern irgendwelche Nährstoffe, äh, irgendwas Wasser. Und in diesen Speicherzellen gibt es Leitzellen, die fördern das halt einfach weiter in andere, äh, Bereiche des Baumes. Dafür sind die Speicherzellen da. Und dann gibt es noch die Mehrzweckzellen. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt von Nadelhölzern und Laubhölzern. Laubhölzer haben Leitzellen, Stützzellen und Speicherzellen. Und, ähm, Nadelhölzer haben sogenannte Mehrzweckzellen. Mehrzweckzellen, in dem Fall einmal die Leitzelle und die Stützzelle zusammen. Das ist in einem Nadelhölz. Ich kann das hier nochmal hinschreiben. Ähm, bei Nadelhölzern. Und da hat die Mehrzweckzelle die Aufgabe, so, die Aufgabe, die Leitzelle und die Stützzelle in einem zu benennen. So, machen wir das mal so. Zack. Also, die, ähm, die Mehrzweckzelle befindet sich in Nadelhölzern. Und in Nadelhölzern übernimmt die Mehrzweckzelle die Aufgabe der Leitzelle und der Stützzelle. Also, sie leitet Nährstoffe weiter, ist aber gleichzeitig auch dafür zuständig, die Stabilität zu sichern in so einem Baum. Solche Mehrzweckzellen sind größer und grobporiger. Und, ähm, in so einem Laubholz zum Beispiel sind die Leitzellen und Stützzellen feinporiger. Also, man hat einen viel komplexeren Aufbau als bei so einem Nadelholzbaum. Ja, und so unterscheiden sich zum Beispiel auch die Laub von den Nadelhölzern im Zellaufbau. Ja, das war's zu dem Thema, ähm, ja, Aufbau des Holzes, also mikroskopischer Aufbau und, ähm, chemischer Aufbau von Hölzern. Und, äh, ihr sollt jetzt wieder euch an die Aufgabe machen, dass ihr ein Grafiz erstellt, wie ich das in eurem vorigen Video auch schon erklärt habt. Erstellt einfach freihand mit einem DIN A4 Zettel ein Grafiz und, äh, heftet das in eurem Lernfeldordner ein. Falls Fragen sind, schreibt mir einfach, ich antworte dementsprechend ganz schnell. Und, dann würde ich sagen, geht's morgen dann in der Früh mit einem weiteren Lernvideo weiter. Viel Spaß!